Hallo und moin moin. Auf. So, dann nehme ich die jetzt raus. Wo ist er denn? Oh, 180 Munition sind das. Oh ja, da kommt 30 immer bei raus, wie es aussieht. Okay. So. Ah, du Schaf, du. Oh, mein. Schaf hat sich in die Ecke gestellt. So. Okay. Aufs Dach krabbeln. So, gucken, da hinten. Jetzt bin ich durchs Dach gestoßen mit dem Kopf. Wer hat hier die Lupe aufgelassen? Und verschimmt heute. Ich hatte mal eins gerät, hatten wir hier vorne stehen, ne? Dann können wir das... Hat das eigentlich schon mal geschossen, das Ding? Glaube nicht, ne? Also ich bis jetzt noch nicht. So, warte mal, das stelle ich mal auf. Jetzt hier an die Ecke. So, acht. Jawohl. Dann muss ich die Munition einfügen. Huch. Geht das nicht? Wum geht das nicht? Wum geht das nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Also, ich habe jetzt die Munition, ne? Ich mach die mal klein. Die muss ich doch da nur in das Gerät rein tun, oder nicht? Ja, und dann das Gerät aktivieren. Okay, und öffne den Behälter. So, kann weitergehen. Packe den Kram da rein. Ich kriege das da nicht reingetan. Was kriege ich denn nicht rein? Ich bekomme das nicht in dieses Gerät. In diesen... Wie heißt das jetzt nochmal genau? E-Behälter öffnen. Ja, das habe ich... Öffne den Behälter. Muss man irgendwie einen PIN-Code setzen? Oder kann ich das noch gar nicht? Das gibt doch keinen Sinn. Ich habe die Munition auch machen können. Wieso muss ich... Ich komme. Aber die ist... Wo bist du denn? Oben auf dem Dach. Verstehe ich nicht. Ich habe hier 180 Stück drin jetzt. Brauche ich noch Material dafür? Die sind doch fertig. Der leuchtet auch nicht so wie bei dir. Ja, du hast ja auch den falschen gebaut. Wieso? Du hast den Elementofen gebaut. Ach, du grüne Lolle. Ist der echt jetzt falsch? Ja. Tatsächlich. Da steht Elementofen. Was wurde das denn jetzt wieder gut? Äh, Mist. Huch, was ist denn jetzt passiert? Was habe ich denn jetzt denn draus gemacht? Das wird ja mal verrückter hier am Wundenzähling. Ist das Ding jetzt kaputt oder nicht? Nö, also ich sehe da nichts mehr. Obwohl, ich springe jetzt in den Tod. So. Genau. Der sieht anders aus. Der sieht anders aus. Magic Munitionshub. Okay, damit hat er ihn falsch gebaut. Ich muss mal hier ein bisschen Licht machen. Ich muss mal die neue Grüne des Glanzes ausprobieren. So, noch einmal schauen. Wir brauchen... Ach, das... Ja, jetzt sehe ich das. Ich habe tatsächlich den falsch gebaut. Ich war eigentlich der Meinung, ich hätte das richtig gemacht. Steine brauche ich hier. Warte mal. Gwenny, du weißt doch, du sollst nicht das Denken den Pferden überlassen. Die haben die größeren Köpfe. Ja, ich habe ja auch einen Kopf. Jetzt muss ich nur mal gucken, oder nicht den. Was fehlt denn noch? Ich brauche, glaube ich, noch etwas Kupfer. Zehn. Und Steine sind nicht genug. Sind hier noch welche drin? Jetzt muss ich erst wieder welche holen gehen. Nee, die sind schlau aufgehoben. Okay, dann hole ich noch Steine. Kupfer möchte ich aber auch noch haben. Moment, wo sind die, die Kupfer? So, wir sehen das. Okay. So, kann ich hier... Da ist da noch was. Wieso? Ach, Mann, oh. So, das ist jetzt vorhanden. Steine brauche ich noch. Moment. Wo ist es? Wo ist es? Verdorbenes Fleisch, aber jetzt nicht mehr fallen lassen. Warum brauchen wir das? Äh, verkaufen. Brauchen wir, ja. Okay. Okay, dann packe ich das mal nach oben. Moment. Ich möchte das auch nach oben haben, damit ich dieses Kupfer-Eisenzeug hier runterkriege. so. Äh, jetzt brauche ich... Jetzt bin ich wieder völlig aus dem Konzept. Da ist es doch. Steine fehlen mir nur noch. Okay. Brauche ich noch ein paar... Upp, nicht gegen die Wand rennen. Steine. Mensch, wer hat die Steine so weit weggebracht? Oh, Mann, oh. Pickel. Komm, wir brauchen noch ein paar Steine. Nein, lass dir in die Hand und haut zu. 2, 4, 3, schon reichen. Na gut. Und zurück. Hier ist noch ein Stein. Komm, wir mit. So, ich gehe jetzt noch mal gleich zurück. Hier wird nicht ein Stück, wenn ich... Komm, ich schmeiße die Steine da rein. So. Jetzt müsste ich das Teil aber bauen können. Wo ist es denn? Das mit diesem Magic Munitionshub heißt das, ne? Ja. Ich muss das andere gebaut haben. Mich irritieren lassen. Okay. So, dann nehme ich den jetzt mal mit hoch. Jawohl. Ich hoffe, dass es jetzt passt. Dann stellen wir den noch schnell auf. Muss ich nur mal gucken, wie ich aufs Dach komme. Oh, besser. Okay, hier auch noch hoch. So, dann stellen wir den jetzt hier hin. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert, Leute. Mal schauen wir mal. Mal gucken, ob das jetzt hier hin. Was sagtest du, Spock? Ja, das Ding musst du aktivieren. Aha, okay. Dann hast du diesen komischen Effekt, wie ich den bei meinem Turm da habe. Increase Tribe Activate vielleicht? Kann sein, ja. Da muss ich noch das Target auf gegnerische Kreaturen einstellen. Oh, wie mache ich das denn jetzt? Increase Tribe Inventory. Aktivierung. Rang im Stamm verringern. Warum steht denn das jetzt da auf Spanisch, Leute? Oder ist das Französisch? Drei Sprachen. Ich weiß das nicht. Ich habe noch nicht drauf geguckt. Kannst du mal bitte gucken, komm. Oh, nee, warte mal. Er macht diese Wellen. Ich glaube, ich habe es aktiviert gekriegt. Ja, er macht. Und wenn du dann das Ding aktiviert hast, dann kannst du dann mal deinen Allerwertesten hier runterbewegen. Ich bewege. So, ich bin schon halb unten. Ja, genau. Deins macht auch diese Wellen jetzt. Okay. Die Quenny ist ja schon wieder aus. Wo bist du denn? Südisch nicht im Dunkeln. An der Bergbank. Ja, okay. Und was hast du auf dem Herzen? Da stellst du jetzt magische Essenzen her. So viel wie je. Ah, die ist ja. Und warum hier? Ja, damit die Lichtmagie levelt. Weil ich kann nichts mehr leveln. Ich bin am Ende. Ich habe Rang 5 oder Rang 6. Aha. Wir müssen den. Okay, also magische Essenzen brauchen wir, ne? Ja. Die Flaschen sind aber nicht voll, ne? So. Ach ja, doch, blau. Okay, dann mache ich mal 25 Stück. Bleibt drin, ich schmeiße immer wieder jetzt nach. Ja, ist gut. Mein level 9. Immer wieder weiter Kraft, äh, Kraft-Item, ne? Ja. Sobald sie herstellen, ne? Mach ich. Ah, da oben links kann man auch sehen, wie das zählt. Ja, sehr schön. Level 49 habe ich inzwischen. Wollen wir noch welche machen, oder? Haben wir keine mehr? Ich bin gerade neue am Befüllen mit Wasser. Ah, super. Die kommen dann wieder. Ja, ich gucke mal, ob ich hier auch noch was machen kann. Und, ähm, sind hier noch welche drin? Ne, hier sind keine mehr. Die sind, die sind auch... Okay. Gut. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben jetzt, glaube ich, eine ganze Menge hergestellt, ne? Ja, die sind aber auch alle schnell wieder. Ja, das ist schon klar, aber... Warte mal, wo waren wir denn? Ich gucke mal nach einem Label, wie es aussieht, wie viele noch, äh, 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 ganz hier noch wahrscheinlich einiges herstellen, dass sie... Ja, da müsste, danach müsste ich wahrscheinlich noch tausend Stück herstellen, oder so. Aber hier hat man das gemacht, meine ich. Such. Auch bloß ich, äh, auch für die. 99 Stück. Ich packe die mal so und packe die mal aufeinander. Na ja, weil... Also, wir haben jetzt 104, haben wir jetzt. Das ist doch schon mal ein bisschen... Ähm, ich hatte jetzt auch so ein Gerät gebaut. Ich überlege jetzt... Ich will noch mal kurz da reingehen und schaue noch mal... Ja, bleib mal unten, ich komme gerade wieder zurück. Ja, ich stehe hier unten noch. Ich schaue jetzt so gerade, ob... Ah, ich habe den Rang 6 freigeschaltet. Ah, cool. Ja, das... Ja, das wollten wir doch erreichen damit. Ja, genau, super. Und ich den jetzt noch herstelle. Da brauche ich das blaue Zeugs. Warte mal, was ist denn das Lichtsand, ne? Lichtsand und irgendwie Dunkelstein, wie es aussieht. Und die Essen... Äh, produzierst du mal weiter magische Essenzen? Weil ich kriege nichts mehr reingeklatscht. Ja, ich mache... Und ich bin sofort dabei. Und... Wo bist du? Ach, da. So. Okay, magische Essenzen, jawohl, machen wir. Na, wo bist du denn, du magische Essenz? Da. 25 Stück, bitte schön. Das sind Lichtsteine. Das sind... Das sind... Wasserelemente. Das sind die Dunkelkernen. Okay. Ich glaube, da habe ich auch... Die Dinger kannst du auch herstellen. Diese, äh... Die Kerne? Nee, Lichtessenz. Äh, was haben wir hier noch? Feueressenz. Und... Erdessenz auch? Ja, das, äh... Levelt auch die, äh... Ja, okay, dann mache ich mal. Ich mache, ne? Wobei, von Feuer haben wir. 22 Luft haben wir. Scheißegal. Produzier, mach. Du musst leveln. Ich werde hier mit... Ich werde hier unter Zwang gelevelt, Leute. Unter Zwang. Ja. Ich mache mal ein paar Licht dann, ne? 30 Licht, so. Geht gar nicht. Hö. Toll. Ich mache mal jetzt die anderen. Geht auch nur. Ein paar von. So, das war's schon wieder. Dann habe ich jetzt... Dreht euch mal um. Dann guckt auf den Boden. Den Boden? Bin grad beschäftigt. Das ist doch scheißegal. Ausrüstbar. Spinnwiebel. Da habe ich doch schon mal irgendwas in der Hand gehabt. Warte mal, jetzt muss ich hier weiter leveln. Ey, Manni! Umdrehen. Koppel-Zwerg. Wie umdrehen? Ach da. Ja, schönen Dank für das Gespräch. Da kommt nicht mehr mal raus. Da kannst du... Wo sind denn jetzt die blöden Flaschen hier? Ja. Ich weiß, die sind schon wieder alle. Meine Güte. Hast du noch Flaschen? Nee. Alle weg? Moment, gerade nicht. Okay. Ja. Gut. Gut, dann lasse ich das jetzt erst mal. Jetzt kümmere ich mich mal. Um was kümmere ich mich denn jetzt eigentlich? Damit du weiter Licht mal geben, blöbelst. Darum kümmere ich dich. Was ist denn das hier? Spinnweben. Was mache ich damit? Auf den Stab setzen? Auch auf dem... Nee. Ach, die Werfen... Nebenhand. Nebenhand ist das. Ah. Cool. Das packe ich gleich mal auf die Nebenhand. So. Jetzt muss ich nur überlegen, was ich leveln muss wollen. Ich gehe jetzt nochmal da hin. So, da schaue ich nochmal. Kann ich das Ding jetzt bauen? Also, wir müssen echt mal gucken. Wir müssen uns ja auch mal irgendwann eine halbe Stunde hinsetzen und mal überlegen, warum wir nichts mehr nachspawnen. Oder müssen wir einmal die Gegend verlassen? Tja, weiß ich nicht. Goblin, Verzauberer, Alchemie. Das ist alles irgendwie nicht fertig. Taumatoge. Das ist das Einzige, was alles offen ist. Was kann ich denn hier noch machen? Die sind doch auch alle offen. Alchemie ist offen. Der ist doch auch... Nee, hier fehlt noch ein. Aha. Ich kann irgendein... Warte mal, da ist irgendein Zauberstab. Kampfmagierstab. Das ist doch der, von dem wir geredet haben, ne? Das heißt, ich müsste bei Stäbe, Rang 3, äh, einen Stab herstellen. Eine Magikerwerkbank, genau. Ne, diesen himmlischen Stab herstellen, um einen Kampfmagierstab zu bekommen, oder? Einen himmlischen Stab brauchst du doch gar nicht. Den hast du doch schon mal gehabt, glaube ich. Den habe ich in Benutzung, ja. Ja, also. Kann aber auch sein, dass er den von mir gekriegt hat. Den habe ich von dir, glaube ich, gekriegt. Ja, ja. Äh, es heißt, ich müsste den herstellen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und ich schon wieder alles durcheinander bringe. So. Ja, du musst mal gucken, was du da leveln musst. Weil, das kann auch sein, dass du einfach nur Holzarbeiten machen musst. Ja, okay, ich gehe jetzt noch mal kurz rein. Und schaue nochmal. Das wäre jetzt nämlich... Äh, die Stäbe, ne? 1, 2, 3 ist offen. Ja, da muss ich wahrscheinlich nur... Warte mal, da steht nichts. Ich habe nur 13%. Vielleicht muss ich einfach damit arbeiten. Oder ich muss den dort nochmal herstellen. Vielleicht sollte ich mir mal einen eigenen herstellen. Ähm, mal gucken. Wo finde ich den? Der müsste ja... Hier... Ah, ja. Ich kann mir sogar einen herstellen. Genau, dann mache ich das jetzt mal. Mal sehen, ob das was bringt. So, dann habe ich diesen Stab. Ups, und packe mir den nach unten. Genau. Hoffentlich ist das jetzt auch der, oder? Ja, das müsste der sein. Der andere ist da oben drin. Moment. Und meine Güterspoket, aber... Okay, so. Dann werde ich den ausrüsten. Mit... Magischer Essen brauche ich nicht. Ich rüste den hoch. Oh, meine, ich scheine weg zu sein. Sein Rechner wieder abgestürzt. Hat immer Schwierigkeiten mit seiner Kiste. Mal gucken. Kannst du mich denn noch hören, Spock? Ja, ne? Spock? Spock, bist du auch weg? Hallo? Ne, meine ist da. Wo ist denn? Ach, das ist mein eigener. Oh, Moment, Leute. Ich muss mich mal kurz um meinen Discord kümmern. Irgendwie hat der sich verabschiedet. Entschuldigt. Warum verbindet der sich nicht? Was ist denn das für ein Scheiß hier? Ja, Leute. Das ist manchmal etwas schwierig. Es ist zwar nur Freitagabend, aber... Ich würde noch mal kurz hier... Mein Discord noch starten müssen. Tut mir leid, ich stehe im Moment rum. Ja, dieses Video ist beendet. Immerhin habt ihr bis hierhin durchgehalten. Macht doch bitte den Daumen hoch und nehmt ein Abo. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.